Colleen Harris ist 73 Jahre alt, als sie sich vor Gericht für den Mord an ihrem Mann Bob verantworten muss. Aber das ist nicht ihr erster toter Ehemann. Und das ist nicht der erste Mord, für den sie vor Gericht steht. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022. 2022. Und natürlich herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Auch die heutige Geschichte führt uns wieder einmal in die USA und zwar hauptsächlich nach Kalifornien. Wir reden über Colleen Harris. Die wurde am 28. März 1942 in San Francisco geboren. Über ihre Kindheit wissen wir nicht viel. Wir wissen, dass sie zwei Geschwister hat. Das ist aber auch schon so ziemlich alles. Nach der Schule absolviert sie eine Ausbildung zur Krankenschwester in Montana. Und dort beginnt unsere Geschichte mehr oder weniger. Denn dort in Montana, während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester, dort lernt sie ihren ersten Mann Larry kennen. Auch er studiert in Montana und als die beiden sich treffen, da geht alles ziemlich schnell. Schon bald sind die beiden ein Paar, das durch dick und dünn geht. Mit 20 sind die beiden dann verheiratet. Das erste Kind ist unterwegs. Zwei weitere folgen, nachdem beide ihre Ausbildung dann abgeschlossen haben. Ich weiß nicht genau, was Larry studiert hat und was er arbeitet. Auf Wikipedia habe ich einen Larry mit diesem Namen gefunden. Also Larry Dodge heißt er. Das Geburtsjahr stimmt überein. Er agiert in Montana. Ich glaube, dass es der richtige Larry ist. Wenn dem so ist, dann studiert er Soziologie und arbeitet dann erst als freischaffender Fotograf. Und später geht er dann in die Politik. Und diese Arbeit, die erfordert von ihm den einen oder anderen Ortswechsel. Das bedeutet, dass die kleine Familie regelmäßig umzieht. Und das bedeutet vermutlich auch, dass Colleen keine fixe Stelle annehmen kann, dass sie die nicht behalten kann. Das ist vielleicht auch gar nicht so gedacht. Wir sind in den 60er Jahren als dreifache Mutter. Da wäre sie wahrscheinlich sowieso ans Haus gebunden. Wir wissen nicht viel über diese Zeit. Aber naja, diese Ehe, die läuft anfangs ganz gut. Irgendwann sehen sich die beiden auch immer weniger. Larry ist immer mehr unterwegs, weniger zu Hause. Und naja, wie das halt oft so passiert, die Beziehung beginnt zu bröckelen. Die beiden streiten immer öfter. Colleen ist auch ziemlich eifersüchtig. Sie ist überzeugt davon, dass Larry sie betrügt. Und zwar jetzt nicht nur kurzfristig, also eine bestimmte Affäre, sondern über viele Jahre hinweg mit wechselnden Affären. Ich glaube, bis zu 15 verschiedene Affären in den letzten sieben Jahren unterstellt sie ihm. Ob das mit den ganzen Affären so stimmt, das kann ich nicht wirklich sagen. Vielleicht ist er ein absoluter Draufgänger, der alles nimmt, was nicht schnell genug auf dem Baum oben ist. Vielleicht aber bildet sich Colleen das alles nur ein, weil er so viel unterwegs ist, weil er einfach nicht da ist. Die Distanz immer größer wird. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. So oder so, ob eingebildet oder wahr, die Konflikte führen zur Trennung. Colleen nimmt die Kinder und zieht zurück nach Montana. Ich weiß nicht genau, wo sie inzwischen gelandet sind, aber nun ja, jetzt geht Colleen zurück nach Montana. Sie hat allerdings kein Geld und sie weiß nicht zurecht, wo sie unterkommen soll. Colleen ist aber eine sehr pragmatische Frau. Sie weiß sich zu helfen und so durchforstet sie die Wälder, und davon gibt es reichlich in Montana, nach einer Unterkunft. Sie findet eine verlassene Hütte mitten im Wald. Sie richtet sich und die Kinder dort ein. Die dürften zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz klein sein, aber sind noch weit davon entfernt, erwachsen zu sein. Sie richtet sich also in so einer verlassenen Hütte gemütlich ein. Sie versorgt die Kinder. Sie schaut darauf, dass sie es möglichst warm haben und ein Dach über dem Kopf haben. Das Essen besorgt sie hauptsächlich, indem sie jagen geht. Also sie schießt das Essen selbst. Irgendwann steht dann auch Larry vor der Tür, wohl in der Absicht, Frau und Kinder zu sich zurückzuholen. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht geschieden. Er würde es wohl gerne nochmal versuchen. Ob das jetzt vielleicht nur wegen den Kindern ist oder ob es an Colleen liegt, keine Ahnung. Colleen jedenfalls ist nicht interessiert. Es kommt wieder zum Streit und sie bezichtigt Larry, sich an zumindest einem der Kinder vergangen zu haben. Das endet in einer Eskalation des Konfliktes und damit, dass Colleen Larry mit dem Gewehr bedroht, droht ihn zu erschießen. Naja, also da sieht wohl auch Larry ein, dass das Ganze wenig Sinn hat. Daraufhin verlässt Larry Dodge seine Frau, seine Kinder und auch unsere Geschichte für immer. Die beiden werden letztendlich geschieden und wir hören von Larry nichts mehr. Colleen lebt also mit ihren Kindern in dieser Waldhütte vermutlich mehr schlecht als recht. Allerdings wenig später stirbt ihre Mutter und ihre Mutter hinterlässt ihr ein kleines Häuschen in San Francisco. Colleen ist jetzt Mitte 30. Sie ergreift diese Chance natürlich. Die kleine Hütte im Wald ist wohl auf Dauer auch keine Lösung. Und sie zieht mit ihren Kindern in dieses Haus nach Kalifornien. Dort lernt sie dann auch ziemlich zeitnah einen neuen Mann kennen. Sein Name ist Jim Betten. Und er hat ein eigenes Unternehmen, dessen Hauptaufgabe ist es, Umfragen durchzuführen und auszuwerten. Ist also wohl so eine Art Marktforschungsunternehmen. Und dieses Unternehmen, das läuft auch ziemlich gut. Jim ist kein Armer nicht, könnte man sagen. Colleen steigt mit in dieses Geschäft ein. Sie hilft aus. Sie arbeitet sich da ein. Sie bringt sich ein. Was ja auch naheliegend ist und lange Zeit auch ziemlich gut funktioniert. Die beiden führen also gemeinsam diese gut laufende Firma. Auch mit Jim und Colleen die Sache, die ging relativ schnell, wie auch schon damals bei Larry. Colleen ist da wohl fix dabei, sich zu verlieben. Die beiden heiraten. Jim ist 46. Er selber hat keine Kinder. Aber er nimmt Colleen's Kinder wie seine eigenen an. Er wollte immer schon Kinder haben. Hat aber nie geklappt. Und jetzt ist das eine perfekte Situation für ihn. Und er kommt auch wirklich gut mit den Kindern zurecht. Aber Colleen ist nicht einfach. Vor allem, was sie so von sich und von ihrer Vergangenheit erzählt, das ist oft schwer zu glauben. Also Fides, das klingt einfach total übertrieben. Es ist irgendwie immer so am Rande von glaubwürdig. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute, die einfach erzählen und erzählen. Und man denkt dann irgendwann so, das wäre aber schon krass, wenn diese Person das alles erlebt hätte. Also zum Beispiel erzählt sie jetzt über ihren Ex-Mann Larry, dass er ein Teil der Mafia ist und dass er sie stalkt. Das ist also irgendwie seltsam. Das ist auch nichts Permanentes, sondern das kommt halt immer wieder mal so durch. Und dann kommt so eine Geschichte, wo auch Jim sich denkt so, hm, seltsam. Aber es wirkt jetzt nicht bedrohlich auf ihn. Und ich denke, das ist auch was, wo jeder selbst beurteilen muss, wie er damit umgehen würde. Also ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Ist das eine große Sache? Ungereimtheiten in den Geschichten des Partners? Also Ungereimtheiten, die einen selbst ja jetzt nicht betreffen? Ungereimtheiten, die nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben? Keine Ahnung. Kommt vielleicht auch darauf an, ist von außen schwer abzuschätzen, wie krass das tatsächlich ist. Für Jim offensichtlich ist es jetzt allerdings anscheinend nicht so dramatisch, dass er irgendwie die Beziehung beenden würde. Oder ich glaube auch nicht, dass es da großartig Streit gibt. Das ist eher so was, was ihm auffällt und vielleicht auch der Umgebung, Freunden und Familie oder so. Wie auch immer, diese Ehe läuft anfangs ziemlich gut. Es dauert eine Weile, bis es schließlich bergab geht. Es scheint nichts Spektakuläres vorzufallen. Die beiden leben sich auseinander. Sie streiten sich immer öfter. Irgendwann hat Jim die Nase voll. Er möchte nicht mehr. Er möchte neu beginnen. Ohne seine Frau. Er möchte die Scheidung. Es ist das Jahr 1985 und die beiden waren zehn Jahre lang verheiratet. Nur wenige Wochen, nachdem Jim mit Colleen Schluss macht, da läutet bei Colleen's Vater das Telefon. Dran ist seine Tochter Colleen und sie sagt ganz aufgeregt, dass Jim erschossen wurde. Der Vater, der ist natürlich schockiert. Der fragt, wer hat den erschossen. Er fragt, was ist passiert. Aber alles, was Colleen dazu sagt, ist, ich weiß nicht. Der Vater rät ihr jetzt natürlich sofort, die Polizei anzurufen und naja, am besten wohl auch einen Anwalt. Das tut Colleen dann auch. Allerdings umgekehrt. Sie ruft zuerst den Anwalt an, mit dem telefoniert sie erstmal eine volle Stunde, bevor sie letztendlich dann die Polizei verständigt. Im Gespräch mit der Notrufzentrale sagt sie, sie glaubt, ihren Mann erschossen zu haben. Sie glaubt. Außerdem gibt sie an, dass Jim gesagt hat, er würde sie erschießen, als ihr die Dame von der Notrufzentrale dann versichert, dass die Polizei unterwegs ist, dass die Rettung unterwegs ist. Da meint sie nur, naja, die Rettung, die werden wir nicht mehr brauchen. Die Polizei kommt also bei ihrem Haus an. Sie fragen Colleen, wo ihr Mann ist und sie schickt sie hinauf ins Schlafzimmer. Dort finden die Beamten Jim Betten dann auf dem Boden, zwischen Bett und Fenster. Er ist tot. Er liegt auf dem Boden, aber vor allem das Bett scheint vom Blut durchdrängt. Am Boden ist jetzt gar nicht so viel, aber das Bett ist völlig nass und rot. Gefragt, was passiert sei, sagt Colleen dann, er wollte mich umbringen, er wollte mich umbringen und ich muss ihn erschossen haben. Habe ich ihn erschossen? Was sie damit also schon recht früh zum Ausdruck bringen will, ist zum einen, dass sie sich nicht erinnern kann und zum anderen, dass er sie bedroht hat. Also sie bringt sowohl Amnesie als auch Notwehr von Anfang an mit ins Spiel. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass ja der Anwalt das auch geraten hat. Und die Polizei tut, was die Polizei halt tun muss. Sie verhaftet Colleen Harris. Sie wird festgenommen und des Mordes ersten Grades angeklagt. Der Prozess beginnt ein Jahr später. Ihr Verteidiger, das ist auch der Anwalt, den sie direkt nach der Tat angerufen hat, mit dem sie da über eine Stunde telefoniert hat, bevor sie die Polizei angerufen hat. Sein Name ist David Weiner und dieser Anwalt, also der ist ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Gemeinsam mit seiner Mandantin gibt er an, dass Colleen kurz vor der Tat herausgefunden hat, dass Jim ihre Tochter mehrfach sexuell missbraucht hat. Und auch Colleen selbst hat er immer wieder zum Sex gezwungen, und zwar indem er sie mit einer Schusswaffe bedroht hat. Sie sagt aus, dass das auch an diesem Abend der Fall war, also dass er sie mit der Waffe bedroht hat und zum Sex zwingen wollte. Und dann sagt sie, alles woran sie sich erinnert, ist das Klicken des Durchzugs der Waffe. Danach wäre alles verschwommen in ihrer Erinnerung. Also so eine von diesen praktischen Amnesien halt, die man so erleiden kann. Also der Anwalt baut seine Strategie darauf auf, der Staatsanwalt hingegen will davon überhaupt nichts hören. Er findet diese Amnesie eher praktisch als glaubwürdig. Ich weiß nicht, ob das in diesem Prozess zur Sprache kommt, ob das da überhaupt bekannt ist, aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie einen Mann bezichtigt, eines ihrer Kinder oder alle davon missbraucht zu haben. Außerdem, sie erinnert sich, dass er sie mit der Waffe bedroht hat, um sie zum Sex zu zwingen. Sie erinnert sich, das Klicken gehört zu haben, aber naja, nicht sie ist tot, sondern er. Wie kann das passiert sein, wenn er die Waffe hatte und nicht sie? Und noch was. Erinnert ihr euch, ich habe ja gesagt, Jim lag auf dem Boden zwischen Bett und Fenster, aber auf dem Boden war nicht so viel Blut, aber das Bett, das war vollkommen durchgeweicht. Wie weit passt das also zu der Annahme, dass er im Bett lag und sie bedroht hat? Also, wie hat er das gemacht zu diesem hier? Mach mal oder ich schieße? Keine Ahnung. Der Staatsanwalt auf jeden Fall hält es für viel wahrscheinlicher, dass die von Jim geforderte Scheidung der Auslöser für die Tat war und somit der Verlust des gut verdienenden Ehemannes und seines gut laufenden Geschäftes da wohl eher eine Rolle gespielt hat. Nun, die Jury aber, die sieht das wieder anders. Sie spricht Colleen Harris von allen Vorwürfen frei. Sie wird also nicht nur auf freien Fuß gesetzt und ist ein freier Mensch. Sie erbt auch noch Jim Bettens Firma, alle Grundstücke und auch sonst alles, was er besitzt, denn er hat ja keine Kinder. Das alles hat alles in allem einen Wert von über einer Million Dollar. Sie führt dieses Umfrageunternehmen, dieses Meinungsforschungsunternehmen weiter und lebt ihr Leben völlig unbehelligt. Es dauert nun ungefähr zwei Jahre, bis Colleen erneut einen Mann kennenlernt. Sein Name ist Bob Harris. Daher kommt wohl auch ihr Nachname, ich weiß gar nicht, wie sie davor heißt. Ich gehe aber mal schwer davon aus, dass sie die jeweiligen Namen der Männer trägt, mit denen sie verheiratet ist. Genau, sie heiratet also Bob. Wieder einmal recht schnell, das scheint ja bei ihr immer recht schnell zu gehen. Sie fallt Hals über Kopf und ihm geht es wohl auch so. Bob ist zwei Jahre älter als Colleen. Die beiden scheinen gut zusammenzupassen. Er ist ein sehr sportlicher Typ, er hat eigene Kinder und schon eine Ehe hinter sich, obwohl seine Ex-Frau im Gegensatz zu Collines Mann diese Ehe definitiv überlebt hat. Bob und Colleen allerdings, die kennen sich schon von früher. Also schon im zarten Alter von 15, da haben die beiden ihre ersten Bande geknüpft. Damals war Bob in der Gegend auf Urlaub, in der Colleen damals lebte. Sie lernten sich kennen, es gab sogar ein Date, aber damals wurde halt nichts daraus und die beiden gingen getrennte Wege. Sie treffen sich dann im Jahr 1990 wieder, da springt der Funke über und die beiden werden also ein Paar. Auch die Familien der beiden, die haben ja mittlerweile beide erwachsene Kinder, die kommen ganz gut miteinander aus. Bobs Kinder mögen Colleen, sie verstehen sich auch mit ihren Kindern. Es gibt nur eine, die ein bisschen weniger begeistert über die Beziehung ist und das ist Bobs Mutter. Sie ist jetzt nicht grundsätzlich dagegen, aber das Gespür einer Mutter, das sagt ihr, dass irgendwas mit Colleen nicht stimmt. Es scheint eher so ein Bauchgefühl zu sein, sie hat jetzt keine konkreten Argumente, aber sie spürt, dass einiges von dem, was ihre neue Schwiegertochter so erzählt, wohl nicht ganz den Tatsachen entspricht. Wir haben ja auch schon vorher gehört, dass sie manchmal Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt hat, sie schwer zu glauben sind und vermutlich setzt sie dieses Muster auch Bobs Familie gegenüber fort und das wird die Mutter wohl auch gespürt haben. Und die fragt natürlich nach und dann einmal bei einem gemeinsamen Abendessen, da fragt sie Colleen recht beiläufig nach ihrem Ex-Mann. Also nicht mit Hintergedanken, weil sie weiß, dass da was ist oder weil sie vermutet, dass da irgendwas ist. Also sie hat keinen Verdacht oder so, sondern sie ist einfach nur neugierig. Das ist wohl mehr oder weniger Smalltalk. Und Colleen erzählt, dass ihr Ex-Mann Jim Herzprobleme hatte und daran auch gestorben ist. Irgendwas an der Art, wie sie das erzählt, lässt aber Bobs Mutter misstrauisch werden. Vielleicht ein Blick, ein Gesichtsausdruck. Ja, also ich kenne ja das auch. Ich kenne das manchmal, da erzählt einem jemand etwas und man weiß einfach in diesem Augenblick genau, dass er lügt, das scheint einem buchstäblich anzuschreien. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das schon erlebt und genau so geht es Bobs Mutter auch in dieser Situation. Und sie will genau wissen, was ist hier eigentlich los? Sie geht in die Bibliothek. Anfang der 90er Jahre ist noch nichts mit Computer und Internet zu Hause. Sie wälzt also alte Zeitungen und sie wird fündig. Sie stellt erstaunt und sehr erschrocken fest, wie Jim Badden gestorben ist und dass seine Frau dafür vor Gericht gestanden hat. Sie hat jetzt also was ziemlich Schockierendes herausgefunden, aber was soll sie jetzt mit diesem Wissen tun? Sie geht natürlich davon aus, dass Bob ahnungslos ist, aber ist sie die Richtige, um ihm reinen Wein einzuschenken? Sie beantwortet sich diese Frage mit einem klaren Nein, nicht ich. Und sie beschließt einen ihrer Enkelsöhne ins Vertrauen zu ziehen. Der spricht dann seinen Vater also darauf an, aber der ist gar nicht so ahnungslos, wie sie dachten. Bob stellt nämlich klar, dass er über die Geschichte Bescheid weiß. Er erklärt seiner Familie, dass Colleen eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht hat, dass sie von ihrem Ex-Mann missbraucht und misshandelt wurde und dass sie diesen letztendlich in Notwehr erschossen hat. Und so gesehen kann man das natürlich auch verstehen, dass sie die Geschichte nicht einfach so bei einem Familienessen herausposaunt. Allerdings genau das wird sie tun. Es gibt eine einzige Person, die immer noch nicht über diese Geschichte Bescheid weiß, und das ist die Tochter von Bob. Die Tochter ist Polizistin und Bob wollte vermeiden, dass sie weiter in diesem Fall herumstochert und hat seinen Sohn und seine Mutter gebeten, ihr bitte auch nichts davon zu erzählen. Und schweren Herzens haben die sich auch dran gehalten. Es ist das Jahr 1995, Bob und Colleen sind seit fünf Jahren verheiratet und wieder einmal sitzt die Familie bei einem gemeinsamen Essen zusammen. Es ergibt sich, dass Bobs Tochter, die ja Polizistin ist, ein bisschen von ihrer Arbeit berichtet. Und da platzt Colleen völlig unvorbereitet mit ihrer Geschichte heraus. Die Situation ist extrem unangenehm. Ein großer Teil von der Familie, die weiß Bescheid, haben das aber Colleen gegenüber nie erwähnt, weil Bob ja auch darum gebeten hat, während andere, unter anderem die Tochter, aus allen Wolken fallen. Es ist natürlich die, ich kann mich nicht erinnern, es war Notwehr-Version, die Colleen da erzählt. Also, ja, sie erzählt, dass sie nichts dafür konnte, dass er böse war und sie ihn erschossen hat. Genau wie ihr Bruder und ihre Großmutter zuvor ist jetzt Bobs Tochter aber nicht wirklich von dieser Version überzeugt. Denn es ist irgendwie die Art und Weise, wie Colleen erzählt, die sie unglaubwürdig erscheinen lässt. Aber natürlich, so wie der Rest ihrer Familie zuvor, kann auch die Tochter jetzt nichts unternehmen. Colleen ist freigesprochen. Ihr Vater sieht in ihr, was er sehen möchte. Er sieht in ihr das Opfer. Er sieht natürlich keine Gefahr in ihr. Er hat jetzt vielleicht auch in der persönlichen Beziehung keinen Anlass dazu. Er weiß Bescheid. Er verteidigt sie. Also, nun, der Familie sind die Hände gebunden. Und so vergehen weitere sieben Jahre. Bob ist inzwischen Ende 50 und er beschließt, in Rente zu gehen. Es gibt da so einige Projekte, denen er sich widmen möchte. Das Hauptsächliche ist, es wird beschrieben als Erhaltungsarbeiten in der Mongolei. Bin mir nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Vielleicht geht das irgendwie in die historische oder kulturelle Richtung. Was auch immer er genau tut, das führt dazu, dass er viel Zeit in der Mongolei verbringt und somit wenig zu Hause ist. Selbst wenn er zurück in den Staaten ist, verbringt er dann ziemlich viel Zeit in einer kleinen Hütte am Lake Tahoe, wo er die Zeit zum Entspannen und zum Fischen nutzt. Also, er und Colleen, die sehen sich nicht so oft. Die verbringen gar nicht so viel Zeit zusammen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das für Colleen ein großes Problem ist. Es scheint der Beziehung erstmal keinen Abbruch zu tun. Allerdings 2005, Colleen ist mittlerweile 63. Auch sie findet, sie hat nun genug gearbeitet und auch sie möchte in den Ruhestand gehen. Und man sollte jetzt meinen, dass das wohl verdient ist mit 63. Aber Bob sieht das anders. Wenn ihr Gehalt nämlich wegfällt, so sagt er, dann können sie sich die Ratenzahlungen für Kredite in Zukunft nicht mehr leisten. In den USA ist das mit den Pensionen ja auch nicht so einfach wie bei uns. Es gibt da schon gewisse Absicherungen. Wie genau das bei Colleen aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Diese jedenfalls hat für das Problem eine passende Lösung. Ihr Vorschlag wäre, dass sie und Bob sich scheiden lassen. Denn dann könnte sie um eine Witwenrente ansuchen, die ihr nach dem Ableben ihres Ex-Mannes Jim Betten zustehen würde. Sie strebt also mit dieser Scheidung nicht eine Trennung an, sondern es geht ihr nur ums Geld. Nach einer gewissen Frist bekommt sie dieses Geld dann fix. Das wird ja dann auch nicht mehr weggenommen und dann können die beiden erneut heiraten. Tja, was für ein Plan. Selbst wenn die Umstände von Jims Tod, sagen wir mal, fragwürdig gewesen sind. Selbst wenn das nicht so wäre, klingt das jetzt nicht besonders ehrenhaft. Wobei ich schon ein bisschen zugeben muss, wenn der Staat es nicht schafft, ein würdigeres Rentensystem zu schaffen und man schauen muss, wie man im Alter über die Runden kommt. Naja, weiß ich nicht. Kann man es hier wirklich verübeln? Keine Ahnung. Also zumindestens unter normalen Umständen. Dieser Fall ist ja doch noch ein bisschen anders gelagert. Bob jedenfalls, der findet den Plan auch nicht so toll. Also ich weiß ja jetzt nicht, was er sich vorstellt, wie lange seine Frau noch arbeiten soll. Aber naja, also ich finde es hier schon ein bisschen unfair, weil er ist mit Ende 50 in Pension gegangen. Er macht hier, was er will. Er führt sein Leben, wie er es will. Und sie soll das Geld verdienen. Und keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wie lange soll sie arbeiten? Aber gut, dieser Plan steht. Am Ende lässt Bob sich auch darauf ein. Die beiden lassen sich scheiden. Colleen beantragt diese Widmenrente. Und ungefähr ein Jahr später heiraten sie erneut. Und das ist vermutlich keine gute Idee. Denn diese ganze Geschichte hat Bobs Meinung von Colleen dann doch ein bisschen sinken lassen. Es ist moralisch fragwürdig, unehrenhaft und ein bisschen charakterlos. Aber gut, die beiden heiraten und es vergehen weitere sechs Jahre. Aber das Paar lebt sich jetzt immer mehr und mehr auseinander. Es ist das Jahr 2012. Beide sind jetzt über 70. Bob kümmert sich nach wie vor sehr engagiert um seine mongolischen Projekte. Die beiden sehen sich nach wie vor sehr wenig. Bob verbringt nach wie vor viel Zeit im Ausland. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Colleen darüber nicht besonders glücklich ist. Spätestens allerdings, als sie herausfindet, da gibt es nicht nur ein anderes Land, sondern auch eine andere Frau. Und da ist für Colleen der Spaß vorbei. Bob hat tatsächlich auf seine alten Tage noch eine Affäre mit einer Frau angefangen. Die ist nur halb so alt wie er und sie lebt eben in der Mongolei. Natürlich ist es nicht Bob, der Colleen das erzählt, sondern Colleen's Sohn findet das irgendwie heraus. Und er erzählt es seiner Mutter natürlich prüwarm. Bob selbst ist zu diesem Zeitpunkt in der Mongolei. Also es ist jetzt gar nicht so einfach für Colleen, ihn damit zu konfrontieren. Sie ist verletzt, sie ist verunsichert. Wird sie ihren Mann jetzt ganz verlieren oder will sie ihn unter diesen Umständen überhaupt behalten? Ich glaube, es ist eine Situation, die die meisten von uns nachvollziehen können. Und natürlich braucht Colleen auch jetzt jemanden, bei dem sie sich ausheulen kann. Aber ihre Wahl fällt dabei ausgerechnet auf Bobs Tochter, die Polizistin. Und ob das so eine gute Wahl ist, das ist bestimmt eine andere Frage. Sie schickt ihr mehrere Textnachrichten und diese haben so eine Range von sehr traurig über sehr verwirrt bis hin zu ziemlich wütend. Das alles ist eigentlich recht verständlich. Aber die Tochter, die beginnt sich natürlich Sorgen zu machen, denn sie kennt schließlich Collines Vorgeschichte und sie vertraut ihr nicht. Und die Frage ist natürlich, muss sie sich Sorgen um ihren Vater machen? Als der dann aus der Mongolei zurückkehrt, da weiß er natürlich Bescheid, dass er aufgeflogen ist. Die Tochter hat ihm das gesagt. Ich weiß nicht, ob er schon mit Colleen gesprochen hat zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls, er traut sich nicht so recht allein nach Hause und er nimmt seine Tochter zur Unterstützung mit. Also ich glaube jetzt nicht, dass er Angst hat, dass seine Frau ihm irgendwas antun könnte oder so. Aber naja, weiß ich nicht. Vielleicht denkt er doch, dass sie eventuell gefährlich sein könnte. Aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen Feigheit vor der Konfrontation, die ihn da treibt. Es gibt also ein Gespräch zwischen den beiden, also zwischen Bob und Colleen. Und Bob kommt zu dem Schluss, dass es wohl das Beste wäre, wenn er vorerst in seine Hütte am Lake Tarot zieht. Colleen stimmt zu. Als er dann dort ankommt, sind auch all seine Sachen schon dort. Also Colleen hat diese Entscheidung für ihn wohl auch schon zuvor getroffen, noch bevor er zurück in den Staaten war. All seine Sachen gepackt und dort hinbringen lassen in diese Hütte. Nun sitzt er also dort in seiner Hütte am Lake Tarot. Er hat offenbar viel Zeit zum Nachdenken. Und er stellt die Idee einer diesmal endgültigen und richtigen Scheidung in den Raum. Oh oh. Seinem Vorgänger ist diese Idee nicht gut bekommen. Aber Colleen wirkt ganz ruhig, als er ihr diesen Vorschlag macht. Ist es ein gutes Zeichen? Oder ist sie zu ruhig? Fürs Erste allerdings scheint alles in Ordnung zu sein. Die beiden geben sich Zeit zum Nachdenken und lassen ein bisschen Ruhe einkehren. Im Oktober dann allerdings muss Colleen sich operieren lassen. Scheint nichts super Schlimmes zu sein. Aber sie bittet Bob für ein, zwei Wochen zurück in ihr gemeinsames Haus zu ziehen, weil sie nach der Operation einfach Hilfe brauchen wird. Er selber war in dieser Beziehung öfter auch schon in der Lage, dass sie ihn gepflegt hat. Und so willigt er ein. Er will sie in einer schwierigen Situation nicht alleine lassen. Und sie sind auch immer noch verheiratet. Ja, was auch immer er sich dabei denkt, er will ich da ein. Und nach dieser Operation, die läuft auch gut, da spielen sich die Dinge dann ein bisschen ein. Bobs Familie ist jetzt nicht gerade glücklich darüber, dass er dort wieder eingezogen ist. Aber sie verbringen viel Zeit in dem Haus mit Colleen und Bob. Die Feiertage stehen jetzt an. Es kommt Thanksgiving, Weihnachten, Neujahr. Das feiern sie alles gemeinsam. Die Familie ist viel zusammen. Diese Feiertage vergehen und das neue Jahr beginnt. Colleen hat sich inzwischen von der Operation ziemlich erholt. Es geht ihr wieder soweit ganz gut. Und so beginnt Bob darüber nachzudenken, wieder in seine Hütte zurückzuziehen. Er ist nicht gerade glücklich. Er will nicht mehr mit seiner Frau zusammen sein. Er hat nach wie vor die Scheidung im Sinn. Aber Colleen, die sieht das nicht so. Sie hat sich inzwischen wieder Hoffnungen gemacht. Seit Wochen wohnen sie wieder zusammen. Alles scheint so zu sein wie früher. Vielleicht denkt sie auch, dass Bob keinen Kontakt mehr zu der jungen Frau in der Mongolei hat. Aber da irrt sie sich. Und sie findet es auf ziemlich unangenehme Weise heraus. Denn als Bobs Telefon klingelt, ist genau diese Freundin dran. Er geht zwar zum Telefonieren raus, aber naja, Colleen hat es natürlich mitgekriegt. All ihre Hoffnungen brechen in sich zusammen. Die Wut und die Demütigung, das alles kommt wieder hoch. Und so kommt nun das, was wir alle schon vermuten. Am nächsten Tag geht ein Notruf bei der Polizei ein. Es ist nicht Colleen, die da anruft, sondern es ist ihr Anwalt. Derselbe, der sie beim Mord an ihrem ersten Mann vertreten hat, David Weiner. Und der spricht jetzt mit der Polizei. Er meldet eine Schießerei und er meldet einen Mord. Genaueres kann er jetzt nicht sagen, denn er ist nur der Anwalt und er war nicht dabei. Also das sagt er bei dem Notruf. Es ist die Polizei, die dann dort am Tatort eintrifft. Und es ist übrigens noch genau das gleiche Haus, in dem Colleen wohnt. Also es ist das, in dem sie auch mit ihrem Ex-Mann Jim Batten gewohnt hat und in dem er zu Tode gekommen ist. Und als die Polizei da ankommt, da öffnet ihnen eine sehr verwirrt wirkende ältere Dame, nämlich Colleen, die Tür. Die Beamten fragen sie, ob noch jemand im Haus ist. Und Colleen antwortet, ja, mein Mann ist hier. Aber auf die Frage, ob er okay ist, sagt sie, nein, er ist tot. Sie fragen, woher sie weiß, dass er tot ist und sie sagt, ja, kommen Sie rein und sehen Sie selbst. Sie begleitet die Beamten ins Schlafzimmer und dort finden sie dann Bob tot auf dem Bett. Der hat eine Schusswunde im Kopf, überall ist Blut. Colleen erzählt von einem ganz normalen, entspannten Abend vor dem Fernseher und dann von diesem Telefonanruf aus der Mongolei. Aber danach, sagt sie, kann sie sich an nichts mehr erinnern. Das nächste, was sie wieder weiß, ist, dass am nächsten Tag die Polizei vor ihrer Tür stand und Bob tot aufgefunden wurde. Alles, was dazwischen ist, davon weiß sie nichts mehr. Sie kann sich einfach nicht erinnern. Ja, das kommt uns natürlich alles sehr bekannt vor, ist aber gleichzeitig nicht so besonders ausschlussreich. Die Rekonstruktion der Polizei ergibt dann folgendes Bild. Der Anruf, auf den Colleen sich bezieht, der kam am 5. Januar 2013, am frühen Abend an. Also der Anruf aus der Mongolei von der Freundin oder von der Geliebten von Bob. Der Todeszeitpunkt von Bob Harris wird auf die frühen Morgenstunden geschätzt. Telefondaten von Colleen zeigen, dass sie am Morgen des 6. Januars gegen halb sieben nach San Francisco gefahren ist. Das liegt ungefähr 200 Meilen von ihrem Haus entfernt, also so zweieinhalb Stunden. Dort hat sie einen Lagerraum aufgesucht, den ihr Sohn dort gemietet hat. Die Polizei sieht natürlich in diesem Lagerraum nach und da stellen die Beamten fest, dass Colleen zum einen die Tatwaffe dort hingebracht hat und außerdem ein paar andere Gegenstände, unter anderem Bobs Münzsammlung. Und ist jetzt nicht so eine kleine, wie ihr vielleicht im Schrank habt, sondern die ist so ein paar hunderttausend Dollar wert. Schon an diesem Punkt glaubt keiner der Ermittler mehr an einen Blackout der älteren Dame und als sie dann noch feststellen, dass diese auf dem Rückweg von San Francisco eine Autopanne hatte und den Pannenservice rufen musste, da scheint die Sache klar, denn es gibt auch Aufzeichnungen von diesem Anruf, da klingt sie auch kein bisschen verwirrt, sie klingt ganz normal, sie weiß, was sie sagt, sie kann konkrete Annahmen machen, also keine Spur von Verwirrtheit. Gegen 5 Uhr abends ist Colleen dann auch wieder zu Hause in ihrem Haus, in dem nach wie vor ihr toter Ehemann im Schlafzimmer liegt und dann ruft sie erstmal ihren Anwalt an, nicht die Polizei, ihren Anwalt. Ein 90-Minuten-Gespräch. Und so steht Colleen Harris 30 Jahre nach dem Tod ihres zweiten Ehemannes Jim Patton erneut vor Gericht. Erneut ist sie wegen Mord des ersten Grades angeklagt, erneut wird sie von Anwalt David Weiner vertreten. Dieser macht ihr offensichtlich klar, dass sie nicht ein zweites Mal mit der Amnesiemarsche durchkommen wird und so ändert sie ihre Geschichte. Sie sagt nun, dass sie sich erinnern kann, Bob erschossen zu haben, aber es war ein Unfall. Sie sagt, dass sie in dieser Nacht aufgewacht ist und gesehen hat, dass Bob sein Gewehr bei sich im Bett liegen hatte. Sie hatte Angst gehabt, dass er sich damit etwas antun könnte und wollte deshalb das Gewehr an sich nehmen. Davon aber sei Bob aufgewacht, hätte nach dem Gewehr gegriffen, sie hätte versucht, es ihm trotzdem wegzunehmen. Es gab ein Gerangel und dabei hätte sich wohl ein Schuss gelöst. Danach hätte sie wohl tatsächlich einen Blackout gehabt und sich einfach schlafen gelegt. Und als sie ein paar Stunden später wach wurde und den toten Bob neben sich liegen sah, ja, da war es ihr ein unglaubliches Bedürfnis, diese Münzsammlung ihres Mannes in Sicherheit zu bringen. Also in diesen Lagerraum nach San Francisco zu bringen. Denn Bob, der hing total an dieser Münzsammlung und der würde es einfach nicht verkraften, wenn sie verloren ginge. Ja, das erklärt natürlich alles, oder? Dummerweise kann die Polizei eindeutig nachweisen, dass Bob tief und fest geschlafen hat, als die Kugel ihn in den Kopf traf. Es gab definitiv kein Gerangel, er hat sich nicht bewegt und der Winkel, in dem er erschossen wurde, der beweist das. Ich weiß nicht, ob Colleen tatsächlich dachte ein zweites Mal, mit Mord davon zu kommen, aber ich weiß, dass das nicht passiert. Dieses Mal befindet die Jury die Angeklagte des Mordes schuldig und die Geschworenen brauchen nicht mal zwei Stunden, um zu diesem Schluss zu kommen. Colleen Harris wird zu lebenslanger Haftstrafe, mindestens aber 50 Jahren verurteilt. Sie ist zu dem Zeitpunkt 73 Jahre alt und somit wird sie nie wieder einen Fuß in die Freiheit setzen. Hätte man dieses Urteil schon beim ersten Fall getroffen, wäre Bob Harris und seiner Familie wohl viel Leid erspart geblieben. Ja, und das war unser heutiger Fall von Colleen Harris und zwei toten Ehemännern. Ich finde es immer besonders krass, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dafür vor Gericht gestellt wird und dann entweder freigesprochen wird oder früh rauskommt und dann das Ganze nochmal wiederholt oder wieder straffällig wird. Ganz besonders hier, dass man überhaupt nicht erkannt hat, was für eine Gefahr von dieser Frau ausgeht. Und ja, da muss sie schon eine ziemlich gute Schauspielerin und Manipulatorin gewesen sein. Vermutlich dieser Part, wo ich erzählt habe, dass sie immer wieder Geschichten erzählt hat, die so ein bisschen unglaubwürdig waren. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele Geschichten waren, die einfach so glatt durchgegangen sind, die man ihr geglaubt hat, wo es keine Anzeichen davon gab, dass es gelogen, übertrieben erfunden war. Also, ja, ich denke, die hatte da in der Richtung schon einiges auf dem Kasten. Zum Glück ist es ihr jetzt wenigstens beim zweiten Mal nicht gelungen, damit durchzukommen. Damit bleibt mir wieder mal nur, euch einen schönen Abend zu wünschen, eine schöne Woche zu wünschen. Wir sehen uns dann bald wieder, wenn es heißt True Crime Time und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. 오늘 soượt. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020